Wir sitzen hier in unserem neuen DATEV Experience Center. Dies wird zukünftig der Ort sein, wo wir mit unseren Partnern und unseren strategisch wichtigen Partnern und Kunden uns austauschen wollen, damit sie sich für DATEV entscheiden und auch immer wieder für DATEV entscheiden. Wir haben zu diesem Zweck eine Customer Journey eingerichtet. Das bedeutet, dass wir den Kunden über den Tag hinweg an viele verschiedene Orte in diesem Center führen, um so die Veranstaltung, das Briefing interessant für ihn zu gestalten und auch sehr kurzweilig zu gestalten. Immer mit dem Ziel, Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung sichtbar zu machen. Ja, zum einen ist es natürlich so, dass der strategische Austausch mit dem Kunden, der hat natürlich einen extremen Wert auch auf der einen Seite für die Kundenbeziehung. Also wir reichern die Kundenbeziehung da wirklich auch an. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Stück weit auch für die DATEV wichtig, einfach auch um zu erkennen, ob wir mit unseren mittel- und langfristigen Strategien in der Produktentwicklung, in der Konzeptentwicklung, Service und so weiter, dass wir da auch richtig liegen. Und man muss ja wissen, also die DATEV ist natürlich gerade für unsere Steuerberater, für unsere Mitglieder natürlich auch extrem wichtiger Partner, eigentlich der entscheidende Partner auch für die Unternehmensentwicklung. Und da gilt es einfach auch, gemeinsam diesen Wert herauszuarbeiten. Wir als DATEV wollen zeigen, wo wir hinwollen, wo unsere Reise hingeht und die wollen wir nicht alleine begehen, diese Reise, sondern da wollen wir sowohl unsere Kunden als auch unsere Partner dabei mitnehmen. Und da ist es ganz wichtig, einen Raum zu haben, in dem man gemeinsam darüber sprechen kann. Wir wollen auch wissen, wo die Steuerberater hinwollen, was ihre Perspektive ist und ob die beiden Wege auch zusammen gehen. Ja, hier im DATEV Experience Center, da wollen wir natürlich die Marke sichtbar und auch erlebbar machen. Wir wollen einen partnerschaftlichen, vertrauensvollen Umgang mit den Kunden und Partnern pflegen und wir wollen natürlich uns führend und leistungsstark präsentieren. Und ich denke, das ist uns wunderbar gelungen. Also ich freue mich natürlich sehr darüber, jetzt hier als Gastgeber unsere Kunden begrüßen zu dürfen. Das sind außergewöhnliche Räume hier und ich bin mir sicher, da fühlen sich unsere Kunden auch sehr, sehr gut aufgehoben und auch inspiriert von den Räumlichkeiten. Und das ist natürlich für die DATEV und auch für mich, ich bin ja bei vielen Executive Briefings auch persönlich dabei, natürlich wunderbar, wenn sich unsere Gäste wohlfühlen. Ich habe auch persönlich das erste Feedback bekommen schon von dem Steuerberater, der hier gewesen ist, der wirklich gesagt hat, der Workshop an sich inhaltlich war total super, aber in dieser Atmosphäre hat man wirklich auch noch mal mehr das Gefühl gehabt, dass man gut zusammenarbeiten kann. Wir wollen bewusst alle Sinne ansprechen und experimentieren auch und gehen auch neue Wege, zum Beispiel mit Duft. Wir steuern an verschiedenen Stellen Duft ein und haben auch für jeden Bereich, für jeden Raum in diesem Experience Center einen speziellen Sound entwickeln, einen Ambient Sound entwickelt. Und so kann ich das Experience Center in unterschiedlichen Ecken ganz anders wahrnehmen. Wir wollten einen Raum schaffen mit einer Wohlfühlatmosphäre, ausgestattet mit modernster Technik, um die neuesten Inhalte der DATEV zu zeigen, zu präsentieren. Und dabei wollten wir auch die modernsten Methoden letztendlich verwenden. Aber damit das Erlebnis komplett ist, braucht es noch einen guten Kaffee, ein gutes Essen. Und diese vier Komponenten sind letztendlich verantwortlich für das Erlebnis im DATEV Experience Center. .